In diesem Video erfahren Sie, was wir mit intermolekularen Kräften meinen, dass es drei gängige Arten von intermolekularen Kräften gibt, sowie den Unterschied zwischen diesen drei Arten von intermolekularen Kräften. Eine intermolekulare Kraft ist einfach eine anziehende Kraft zwischen benachbarten Molekülen. Es gibt drei wichtige Arten intermolekularer Kräfte. 1. Permanente Dipol-Dipol-Kräfte 2. Wasserstoffbrücken 3. Van der Waals-Kräfte Alle diese drei Kräfte sind sehr viel schwächer als ionische oder kovalente Bindungen, die Atome und Ionen zu Elementen und Verbindungen vereinen. Wir haben jeweils ein Video über ionische und kovalente Bindungen, falls Sie noch nicht darüber informiert sind. Betrachten wir nun diese drei intermolekularen Kräfte nacheinander. Zuerst unsere permanenten Dipol-Dipol-Kräfte. Ein polares Molekül ist eines, in dem es einen permanenten Dipol gibt, der normalerweise entsteht, weil die verschiedenen Atome im Molekül unterschiedliche Elektronegativitäten aufweisen. Das ist die Anziehungskraft eines gebundenen Atoms für das Elektronenpaar in einer kovalenten Bindung. Nehmen wir als Beispiel Chlorwasserstoff. Chlorwasserstoff ist ein polares Molekül, da das Elektronenpaar in der Wasserstoff-Chlor-Bindung näher am Chloratom liegt. Mit anderen Worten, sie neigen zu einem Pol. Das Chloratom hat eine stärkere Anziehungskraft auf die Elektronen, weil es eine größere Elektronegativität hat als das Wasserstoffatom. Wir können das Chlorwasserstoffmolekül als H-Delta-Positiv und Cl-Delta-Negativ darstellen. So entsteht eine Anziehungskraft zwischen dem Delta-Negativ auf das Chloratom eines Moleküls und dem Delta-Positiv auf das Wasserstoffatom eines benachbarten Moleküls. Das Diagramm unten zeigt die permanente Dipol-Dipol-Kraft zwischen den beiden Chlorwasserstoffmolekülen, die hier durch die rot gestrichelte Linie dargestellt wird. Die zweite Art der intermolekularen Kraft ist die Wasserstoffbindung. Der permanente Dipol in einer kovalenten Bindung zwischen einem Wasserstoffatom und einem Fluor-, Sauerstoff- oder Stickstoffatom ist besonders stark, sodass die Anziehungskraft zwischen dem Elektronenarm H-Delta-Positiv eines Moleküls und dem einsamen Elektronenpaar an einem Fluor-Sauerstoff- oder Stickstoffatom eines anderen Moleküls viel stärker ist als die zuvor erwähnte permanente Dipol-Dipol-Anziehung zwischen ihren beiden Chlorwasserstoffmolekülen. Diese besondere Art der Dipol-Dipol-Anziehung zwischen dem Elektronenarm H-Delta-Positiv eines Moleküls und dem einsamen Elektronenpaar an einem Fluor-, Sauerstoff- oder Stickstoffatom eines anderen Moleküls erhält den besonderen Namen Wasserstoffbindung. Eine Wasserstoffbindung ist also die Anziehungskraft zwischen dem H-Delta-Positiv eines Moleküls und dem Delta-Negativ auf dem einsamen Paar eines Fluor-, Sauerstoff- oder Stickstoffatoms eines benachbarten Moleküls. Obwohl eine Wasserstoffbindung nur etwa 5% der Stärke einer kovalenten Bindung besitzt, hat sie doch einen signifikanten Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften von Verbindungen. Wenn es zum Beispiel keine Wasserstoffbrückenbindungen gäbe, wären sowohl Wasser als auch Alkohol bei Raumtemperatur und Druck Gase. Nummer 3. Van der Waals-Kräfte Erstens. Beachten Sie die Schreibweise der Van der Waals-Kräfte. Es ist ein Kleinbuchstabe V in Van und das Apostroph kommt nach dem S in Waals. Van der Waals-Kräfte sind induzierte Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Schauen wir uns an, wie diese entstehen. Sie entstehen durch die Bewegung der Elektronen in den Schalen. Wenn wir die Aktion zu einem beliebigen Zeitpunkt einfrieren könnten, gäbe es zu diesem Zeitpunkt ein momentanen Dipol. Diese induzierten Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, die Van der Waals-Kräfte genannt werden, treten in allen Molekülen auf, ob polar oder nicht, sind aber die einzigen intermolekularen Kräfte zwischen unpolaren Molekülen wie den Halogenen und den Edelgasen. Mit zunehmender Anzahl der Elektronen im Molekül nehmen auch die Van der Waals-Kräfte zu. Dies erklärt, warum es einen Anstieg des Siedepunktes gibt, wenn wir die Gruppe der Halogene oder die Gruppe der Edelgase hinuntergehen. Um es noch einmal zusammenzufassen. Eine intermolekulare Kraft ist einfach eine anziehende Kraft zwischen benachbarten Molekülen. Die drei wichtigen intermolekularen Kräfte sind 1. permanente Dipol-Dipol-Kräfte 2. Wasserstoffbrücken 3. Van der Waals-Kräfte Wasserstoffbindungen bestehen zwischen einem Wasserstoffatom in einem Molekül und einem Fluor-, Sauerstoff- oder Stickstoffatom in einem benachbarten Molekül. 2. Kre espero 3. Von d farinas 4. Maschiner 4. Ja, career 4. Ja, ja, ja! 8. Ja, ja, ich würde 6. Das war 7. Das war